Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Pferdiosophie, dem Podcast für Bewusstsein und Potenzialentfaltung im Spiegel der Pferde. Mein Name ist Tina Schumacher und ich freue mich, dass du da bist und dass du dich inspirieren lässt zu der Frage, wie Pferde auf unser individuelles und systemisches Leben wirken. Viel Freude mit bunten Geschichten und der Philosophie Pferd. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst zu einer neuen Folge Pferdiosophie. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, heute geht es sozusagen um eine Grundfrage der Philosophie, nämlich die Sinnfrage. Und zwar möchte ich dir die Frage stellen, ist das, was du tust, wirklich sinnvoll? Also wirklich im Sinne des Wortes mit Sinn. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für deinem Pferd. Und im Zusammenhang, Zusammenarbeit, im Zusammensein mit deinem Pferd, im Zusammensein mit deinen Beziehungen, im Job, im Leben. Ich glaube, immer dann, wenn wir dem Leben, dem, was wir gerade im Moment tun, und das können die pragmatischsten Dinge sein, einen Sinn geben können. Und darüber muss man gar nicht immer, immer extrem philosophieren. Also ich glaube, man kann auch die Dinge kaputt denken, in Anführungsstrichen. Das meine ich damit gar nicht. Ich glaube, wenn das, was wir tun, einen Sinn hat, dann fühlt sich das einfach richtig an. Dann fühlt sich das richtig gut an. Dann haben wir Freude damit, was wir tun. Und dann kann selbst das Schwere Freude bereiten. Und das Schwere kann dann Sinn ergeben. Und auch irgendwie Kraft geben. Denn wir wissen, wofür wir das Ganze tun. Ja, und letztendlich bin ich auf die Frage gestoßen, weil ich jetzt gerade für dieses Jahr meinen Fokus irgendwie nochmal neu ausgerichtet habe und nochmal vielleicht auch neu darüber philosophiert habe, wie mein Werdegang mit den Pferden denn aussehen soll und was für mich Sinn ergibt, was für meine Arbeit Sinn ergibt und was mir Freude bereitet. Und genau das steht immer in einem extrem engen Zusammenhang. Die Freude, die Leidenschaft dahinter. Und ich habe einfach in den letzten zwei Jahren, sagen wir jetzt zweieinhalb Jahren, ganz, ganz, ganz extrem spüren dürfen, wie sehr mich die freie Arbeit mit den Pferden erfüllt. Wie sehr mir das Reiten mit Halsringen Freude bereitet. Wie sehr mir Coachings Freude bereiten. Und ich bin total dankbar, dass ich da vor allen Dingen im letzten Jahr noch viel, viel intensiver einsteigen durfte. Dafür bin ich unfassbar dankbar. Da haben sich für mich wieder neue Welten eröffnet und letztendlich habe ich im Tun gespürt, dass das genau mein Ding ist, dass das genau zu meinem Sinn passt. Auch zu dem größeren Sinn, den ich vertreten möchte. Und ja, letztendlich fühlt sich das genauso, wie es ist, wunderbar an. Und letztendlich habe ich auch dadurch so ein bisschen den, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich wollte gerade sagen, den Bezug zum Turniersport. Das stimmt aber nicht. Ich habe schon einen Bezug zum Turniersport und möchte auch auf jeden Fall noch Turniere reiten. Aber letztendlich habe ich gespürt, dass mir das nicht mehr so wichtig ist. Dass mir das vielleicht nicht mehr so diese Freude bereitet. Dass mir das noch viel mehr Freude bereitet, wenn ich es schaffe, vielleicht irgendwann völlig frei mal eins meiner Pferde zu reiten. Völlig, komplett, ohne alles. Das gibt mir eine Aufgabe. Natürlich auch dieses, wirklich die Leistungen auf den Punkt abrufen können. Das ist letztendlich für mich mittlerweile das Interessantere am Turnierreiten. Das gibt mir in der Form mehr Sinn für das Getane, dass ich auch wirklich neben all den Dingen, die ich da reiten kann, mich selbst so weit trainiere, dass ich das auch emotional, dass ich emotionalen Druck so sehr aushalte, dass ich es auch auf den Punkt so hinbringen und abliefern kann. Und dass ich selbst, wenn ein Fehler mal da ist, direkt wieder abschalten kann und sagen kann, okay, jetzt machen wir einfach genauso gut oder sogar noch besser weiter. Und da halt keinen innerlichen Druck verspüre. Das ist meine neue Definition von Sinn. Und das war eben früher ganz anders. Früher, und damit meine ich die Zeit, in der ich vielleicht auch einen Teil meines Lebens, würde ich fast sagen, aber jetzt mal auf den Reitsport projiziert, denn da hat sich das auch abgebildet, meine Reiterei auf gar keinen Fall in irgendeiner Form selbst in die Hand genommen habe. Ich habe immer danach geschaut, was sagt mir der Trainer, was wird in dieser Welt verlangt, in dieser Welt, in der ich mich bewegt habe, in dieser Welt der Englischreiterei, in dieser Welt der Turnierreiter. Was wird dort verlangt? Was ist da wichtig? Was wollen die Richter sehen auf Turnieren? Was ja alles gar nicht schlecht ist. Und ich bin auch sehr, sehr froh, das alles zu wissen. Aber letztendlich habe ich mich nie getraut, mich selbst in dieser ganzen Sache wiederzufinden, dem Ganzen meinen eigenen Sinn zu geben, das Ganze zu hinterfragen und da auch nochmal zu schauen, was ist das, was mich da drin ausmacht? Was ist das, was uns da drin ausmacht? Was ist vielleicht eher mein Weg und nicht nur der Weg der anderen? Und auch da ist es wieder so, dass natürlich ein Rahmen eine gewisse Sicherheit gibt. Aber letztendlich kann dieser Rahmen auch sehr, sehr einschränkend wirken, weil wir ja immer nur das tun, was uns andere vorgeben. Und wir können ja dann, wir können ja daraus erwachsend gar nicht der werden, der wir dann eigentlich nachher sind oder sein sollten oder was uns entspricht. Das klingt alles sehr philosophisch, merke ich gerade. Aber so ist es tatsächlich für mich. Ich habe das selbst erlebt. Vor allen Dingen habe ich es erlebt, als ich, als ich musste, als ich meine eigenen Talente und Fähigkeiten entwickeln musste, als ich die Beziehung zu einem Westernreiter begonnen habe, hat sich für mich, und das habe ich schon mehrfach gesagt, eine ganz neue Welt der Kommunikation mit dem Pferd, der Reiterei, eine ganz neue Welt des Bewusstseins entwickelt. Und das war quasi mit den Pferden. Nachher kam noch mal mit allen Bausteinen zusammen, auch im Leben ein Punkt, an dem ich das genauso gemacht habe. Aber mit den Pferden war dann die Trennung von diesem Mann. Also erst mal diesen Mann kennenzulernen natürlich. Und dann nachher die Trennung, der Punkt, an dem ich wusste, okay, ich habe eine neue Welt kennengelernt. Ich kann jetzt auf gar keinen Fall zurück dahin, wo ich vorher irgendwann war. Aber ich kann jetzt auch nicht hier jetzt gerade so eng weitermachen. Das geht jetzt auch irgendwie nicht für mich. Also musste ich. Ich war dazu gezwungen, meine eigenen Wege zu finden. Und das habe ich nachher von einer ganz, ganz, ganz wundervollen Trainerin auch noch mal gesagt und bestätigt bekommen, dass sie, als sie ihren eigenen Weg gefunden hat, als sie ihre eigenen Ideen noch mal entwickelt hat, dazu, was sie gehört hatte. Sie hatte sich auch unheimlich viel angeschaut. Und das habe ich nachher auch noch getan. Unheimlich viel angeschaut. Aber letztendlich hat sie ihren eigenen Weg, ihren eigenen Footprint sozusagen entwickelt und gefunden. Und das ist das, was uns dann in unserer Gänze ausmacht und was uns Sinn gibt. Und was auch für mich eine noch, noch viel größere Glaubwürdigkeit ausmacht, weil ich voll und ganz dahinter stehe, was ich tue und trotzdem aber auch offen noch für weite Entwicklung und Lernen bin. Und ich glaube, das macht diese Sinnfrage aus und das macht es auch aus, diesen Sinn entwickeln zu müssen, in Anführungsstrichen. Mir hat das, mir hat das damals, auch wenn es erst mal extrem schmerzhaft war, unfassbar viel gebracht. Unfassbar viel gebracht. Und ja, also das war letztendlich, ich habe so viel letztendlich gesagt heute. Es tut mir leid, wenn du das auch schon mitgezählt hast, dann ja, keine Ahnung, mach ein Trinkspiel draus oder auch nicht. Naja, zusammengefasst habe ich am Anfang das gemacht, was andere für richtig gehalten haben und was andere mir vorgeschrieben haben. Und da ich wahrscheinlich auch nicht so richtig wusste, ob ich jetzt dahinter stand oder nicht, heute ist das logisch für mich, konnte natürlich auch mein Pferd den Sinn jetzt nicht unbedingt immer sehen von dem, was es denn da tun sollte. Ich wusste ja selbst nicht ganz genau, was ich tat. Ich hoffe, du kommst mit und du verstehst, was ich damit meine. Das ist nicht so, dass ich jetzt gar keinen Plan davon hatte, was ich da gemacht habe, während ich da durch eine Estrisse geritten bin. Das ist ja, das ist Quatsch, das ist Schwachsinn. Aber ich konnte nicht gezielt kommunizieren. Ich konnte meinem Pferd nicht ganz, ganz klar begreiflich machen, warum das jetzt gerade wichtig für mich ist. Und das hatte auch keinen tieferen Sinn. Der tiefere Sinn dahinter war einfach, ich wollte Essreiten und ich wollte irgendwann eine Essplatzierung. Und heute glaube ich auch, dass die genau deshalb nicht kam, wann ich sie gebraucht hätte. Naja. Und mit dieser Situation und natürlich auch noch durch andere Faktoren habe ich gelernt, wie wichtig das ist, eigene Sinnhaftigkeiten zu finden, also eigene Gründe oder auch Motoren, warum wir denn etwas tun jetzt gerade. Und wenn wir voll und ganz dazu Ja sagen und dahinter stehen, dann werden wir auch immer die Kraft haben, den Weg weiterzugehen. Ob jetzt im Leben, ob in der Familie, in der Entscheidung für eine Beziehung, so denke ich zumindest, oder sonst wo. Denn dann, und das merke ich jetzt ganz, ganz besonders in der Beschäftigung mit der Freiarbeit und allem, was dazu gehört, erst dann kann ja auch unser Pferd uns noch viel eher verstehen. Wir können das Gesagte, das Geforderte, das Kommunizierte, das nonverbal Kommunizierte noch viel, viel, viel eher transportieren und begreiflich machen. Und wenn es Sinn ergibt, dann ist es so, dass uns das Pferd natürlich auch gerne folgt. Nicht im Sinne davon, dass es uns nur stumpf hinterher rennt, sondern dass es uns folgt mit seiner Aufmerksamkeit, dass es dabei ist, dass es sich von uns mitreißen lässt. Und das ist einer der mit der schönsten Erkenntnisse und etwas, was mir in dieser ganzen Geschichte gerade oder in meiner ganzen Geschichte der Reiterei und der Beschäftigung mit der Pferde, mit den Pferden, macht mich ganz emotional gerade. Da geht mir einfach das Herz auf. Das hat mich ganz, ganz wahnsinnig erfüllt. Ich hoffe, du spürst das gerade. Und ich hoffe, du konntest dir aus der Folge was mitnehmen. Und du stellst dir auch immer mal wieder die Sinnfrage, egal in welchen Situationen des Lebens. Und vielleicht stellst du dir auch mal die Frage, ob dein Pferd tatsächlich jetzt gerade deinen Sinn erkennt und ob du deinen Sinn vielleicht noch mal ein bisschen klarer definieren darfst. Denn das kann alles viel, viel leichter machen. Und glaub mir, sich die Frage zu stellen lohnt sich. Und es macht ganz, ganz große Freude, dann zu sehen, welche Früchte das tragen kann. Also, wenn du mir davon erzählen möchtest, freue ich mich ganz, ganz doll. Also, du bist herzlich eingeladen, deine Erkenntnisse immer super gerne mit mir zu teilen, entweder hier unten in den Kommentaren oder auch auf jedem anderen Weg. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz wundervolle später neue Woche, nachdem das Wochenende vorbei ist. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Leute, Leute, naja, ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.